Liebe Zuschauer, der älteste und weiseste Gamer steht nun vor uns. Meine lieben Gamer, ruft nie eure Kinder, wenn sie online zocken. Steigt in eine Game ein, killt sie, dann kommen sie ganz von alleine. Schreibt es euch bitte auf. Beim Zocken lernt ihr immer Weisheiten fürs Leben, Teamplay, strategisches Denken, niemals aufzugeben. Immer die Prinzessin vom bösen Drachen zu befreien. Unterschiede zwischen gut und böse und das in vielen tausend Spielstunden Spaß.